Willkommen zurück! Wir haben hier scheinbar nichts mehr zu tun. Ich wollte nachgucken, wie bis wann der Bazaar geht. Irgendwo steht das doch bestimmt. In der Library? Oder Help vielleicht? System? Bazaar. Am 10. bis zum 19. Das ist der 15. Schaffen wir das theoretisch in 4 Tagen bis da hoch? Und das ist jetzt die Frage. Woher nicht so? Okay, dann lassen wir das. Ich glaube, im Hormonculus Town gab es noch irgendwas für uns? Also dieses kleine Side-Quest, um herauszufinden, was hier Hormonculi... Weiß ich nicht. Was die mögen. Und ganz andere Sache. Wir haben immer noch ein... Ich nenn's mal, ähm... Ja... Ein Kontinent zu entdecken. Und deshalb der Sinn. Ich geh erstmal zum Hormonculus Town. Mal schauen, ob wir hier noch Informationen kriegen, um unser Side-Quest mit... ...mit den Shop-Ownern hinzubekommen. Aha! Hallo! Woher geht's? Ich muss... Hein, kommt mal an zu den Ballen. Wie gesagt, Marietta? M學en Sie mir etwas? Um... Kann ich zu ihr über eine paar Dinge? Es braucht ein paar Dinge zu tun? Ich möchte etwas. Okay. Okay, talk about what? Oh, your nose is twitching! It's so cute! Um, is there anything you like? Like? Like talk! I see... Anything other than that? Like eat! Like sleep! Like sing! Dance! S-so cute! But that's not it! Um, I wanna know things that you like! Not actions! Things? Things? Things like... Fish! Egg! Honey! Fish! No! Egg! No! Honey! Cow milk! Nuts! Vegetables! That is no! Hahaha! Shoot! This is getting out of hand! Huh? They got quiet all of a sudden! I wonder if they've reached their conclusion! Conclusion reached! Um... What is a thing that you like? What homunculus like? That is... Food! That didn't narrow it down at all! Yeah! Like food! Food good! Thank you very much! You were very helpful! Huh? Maybe I should ask around a little more... Oh... What else is there? Ah, yes! There's something there! What's up? 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 Um... Hello! Can I talk to you for a bit? Yes! Like to talk! Um... Do you like sparkly things? Sparkles? Like! I'm glad! I wanna know more about these sparkles! What kind of sparkles do you like? Sparkles! Different ones! Heart sparkles! Come from rocks! Like! Maybe he's talking about a mineral! Sky sparkles! Come out at night! Like that too! That's... Gotta be the stars! Sweet sparkles! Got from a human! Really like! Sweet sparkles! Could that be candy? Heart sparkles! I have a lot! Sky sparkles! Not allowed to touch with hands! Sweet sparkles! I know how! I want! Um... By sweet sparkles... Do you mean this? Yes! That! I want! Sure! Here you go! You keep that? Really? Of course! Don't be shy! Thank you! Very happy! Good! So the sparkles they were talking about are candy! I should go back right away and tell Marietta! Huh? I feel something coming up from behind! Sweet sparkles! Lucky! Candy! Lucky! I want! Me too! Me three! I want sweet sparkles! Give me one too! Oh! I didn't bring that many with me! I'm so sorry! I'll bring more next time! So... Please forgive me! I forgive? So give me! I'm telling you! I don't have any more! Okay! Okay! Wäre das geschafft! Dann... Geh ich gleich mein Sword Desert weiter. Weil da müssen wir ja noch irgendwie mal hin. Und dafür musste ich einfach hier hin, damit ich das kriege. Echt jetzt? Boah, voll viel Sachen! Hier ist sonst nichts mehr? Boah, voll viel Sachen! Ein Event! Und... Und ein Flyer! Dann kann ich nicht genug Flyer haben! Und ein Flyer! Dann kann ich nie genug Flyer haben! Und... Hey! Huh? I thought I heard something. Hey! Someone's over there. It's not an illusion, is it? It looks like she's waving. I guess I'll go over there. Wow, I'm really surprised. I never thought I'd meet a person from somewhere else in a place like this. Me too. I haven't seen anyone until now. Hello, Miss City Folk. It must have been hard to walk in those shoes. It was challenging, since they kept burrowing into the sand. The ground around here is hard, so you should take a little rest. You're right. Maybe I should. Phew. I think I feel a lot better. My feet feel much lighter now. For some urban girl, I'm sure you're not used to getting your feet stuck in sand with every step. Some merchant guy who's a regular out here complains about that every time he comes out here, too. Wow. That merchant must be really passionate if he comes all the way out here. He comes out here for business. What did you come here for? I'm here to search for something. Like medicinal ingredients. Oh, I'm an apothecary. My name is Aisha. Oh, you're an apothecary. My name is Tanya. I gather salt from this lake with my family. Oh, salt. I see. Huh? Salt? Here? So, the white ground around here is salt? Yep, yep. You probably used salt that we dug up every day. No one else really sells salt. But enough about me. It's your turn, Aisha. I want to hear stories about the city. Like, what's it like and what everyone does. Hehe. Sure. Let's see. What should I talk about? What? I think I recovered from my fatigue with this nice long rest. I should probably get going again. I'm glad I got to hear a lot about the city. I hope I get to see you again somewhere. Yep. I hope so too. Yay, noch ein Flyer. Ooh. So. Ach, das ist Jules. Okay. Hier gibt's Gegner. Hilfe. Gegner. Coole Musik. Oh. 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 Sure is out, probiam. You can count on these. Now, I hope your west is going to come out. I'm going to draw it and go. Can I end up? Uh huh. Uh huh. Wird sich später wiederholen, okay. Hält mir. Ich bin froh, dass ich einen gewöhnlichen Wettbewerb bin. Ich denke, ich bin stärker. Oh, ja, ich bin stärker. Haha! Jetzt ist unsere Chance. Wir machen unsere Bewegung! Nein, kein Poison Screamer! Nein, das ist eine Waffe. Behold, das ist eine Waffe! Das ist eine Waffe. Woh! In der Zeitung! Start! Schnappen, komm mal heim! Bin ich tot! Woh! Woh! Was that only that one, I think? I just caught off guard! Oh, das war fast knapp. So. Könnte die nicht mal gestackt sein? Habe ich eigentlich überhaupt mal hier was meines? Geht so. Sind hier viele Gegner oder sind das nur die paar deiner Mütter? Jetzt ist unsere Chance. Let's make our move. Ich kann wieder mal wegschöpfen. Es ist ein Spezial-Summoning-Magic. Kommer aus, mein Sprecher-Service! All right, ich habe es! Und... Burn das in deinem Geist! Wir sind nicht gut, ich habe ihn. Ich werde das hier zurück. Oh! 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 Okay! Okay... Uh, fancy! Uh, das war's hier in Geekland. Da muss man auch die ganzen Gathering Spots finden. Ja... Denken jetzt weiter! Und aus dem Event! Uh, uh, uh! Hinschauen können wir ja mal, ne? Mehr von diesen Gegnern? Oh... Hm... Hier geht's raus... Komm mal her, du! Okay! I think we have the advantage! Nano-Flags! And... Let's keep going! Ich glaube, ich werde jetzt aber erstmal mit dem Element Crawl anfangen. Einfach zur Sicherheit. Okay... Und du machst jetzt ganz schnell, Denny! Reign of Shock! Ja! Okay... Okay... Ich bin mal hier. Ich glaube, ich bin stärker. Ich bin stärker. Ich bin stärker. Ja! Jetzt ist unsere Chance. Los geht's! Let's keep going! Ich werde nicht. Ha, ha, ha! Behold, Madame Wilbao's great magic! Ich werde nicht wegwerfen lassen! Ich werde nicht wegwerfen lassen. Äh? All right, we win! Ein neuer Stab! Ein neuer Schlechter. Natürlich ist er schlechter. Ich finde nie einen besseren Stab. Stop, was auch immer. Okay. Okay. Ich denke, wir haben die Vorteile. Und... Go! Good timing! Okay. Stop mit dem! Das ist auch nur Jules, der seine Specialized hat. Deswegen ist da wahrscheinlich das Tutorial gekommen, als ihr hinkam. Einfach bei Jules. Das kann! Und die anderen auch nicht. Und das ist, wie es geht! Und fertig gesammelt. Und da scheint sich der Kreis zu schließen. An dieser Stelle auch. Verabschiede ich mich aber mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn's euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!